Hallo, da ist die Oma und die Oma hat jetzt auch ihr Päckchen bekommen, ihr Weihnachtspäckchen und jetzt habe ich gerade mit den wunderbaren Pflegern hier gesprochen, gleich drei standen oben auf dem Balkon und haben eine geraucht und dann hatten wir das kurz geklärt mit der Oma und dann habe ich mit ihnen gequatscht und die werden alle drei kündigen, bis 15. haben sie beim Caritas Altenheim, das Ultimatum, sich impfen zu lassen und sie werden sich alle nicht impfen lassen, ja dann knicken sie eben oder lassen sich kündigen. So schaut es aus, das Pflegepersonal wird verschwinden, was aus unseren Alten wird, sollte dann kein Pflegepersonal mehr bei Oma sein, die sich kümmern, dann hole ich die Oma einfach wieder nach Hause, ganz einfach. Leute, bleibt flexibel, okay und die kommen alle Mittwoch nach München auf unsere Kundgebung, die noch aussteht. Das KVR darf sich immer noch überlegen, ob es zusagen möchte.